Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen hier bei SharedGamerTV, hier ist mit euer Pitcho Meyers und ja, was ganz Neues. Das heißt neu, World of Warcraft und zwar mit einem komplett neuen und leeren Account. Ich möchte nämlich die Iron Man Challenge machen und die möchte ich so machen, dass ich quasi mit nichts in der Tasche, also keinerlei Reittiere, keinerlei Erfolge, Account gebundene Erfolge oder, oder, oder habe, sondern dass wir komplett da schön durchgehen können. So, ich begrüße natürlich jetzt erstmal alle, die hier im Chat sind und ihr könnt gerne Hallo schreiben, dass ich weiß und euch begrüßen kann. Und ja, oben im Text läuft es ja, bei Level 10 fange ich an, weil ab Level 10 kann man sich in die WoW Challenge Liste eintragen und da sieht man dann immer, hat man jetzt einen Fehler gemacht oder nicht. Ganz kurz nochmal, ich darf keine Inis besuchen, ich darf keine, ich darf nur weiße und graue Sachen anlegen, also equip, ich darf keine Buffs benutzen, ich darf keine Berufe machen, ich darf keine, ähm, ja sonstigen Sachen machen, die mich halt einfach stärken oder sonst irgendwas. Ich darf nur questen quasi, questen rumlaufen, mir Zeit nehmen und nicht sterben bis zu Level 110. Genau, so, und das, Entschuldigung, ja genau, das machen wir jetzt. So, ich hoffe, der Ton ist gut, wäre ganz gut, wenn da mal kurz jemand das schreiben würde. Ähm, ich muss bloß aufpassen, weil ich auf zwei Streams, ähm, streamen wir und zwar einmal auf Hitbox und einmal auf Twitch. Und dann schauen wir mal. So, ich würde sagen, starten wir jetzt. Ja, da. Bim, 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 bim. Euieiei. Komm, mach ein bisschen schneller. das ist seit letztens hat der ladebalken irgendwie schlaftablete gefressen so gut dass er mal so ich habe jetzt schon paar question gemacht ist ja klar musste ich ja muss überstehen gewinnen ich glaube ins ja genau lassen wir uns hin reiten im auto wo dafür das nutzen laufliebe kann man eben bei einer bar mobs killen und nur bei ps machen weiterbrachten viel zeit da geht nichts von jetzt auf gleich soll man ihn nicht machen also man soll wirklich herangehen an die bw challenge an die iron man challenge wenn man gut drauf ist weil ich habe schon zweimal verkackt ich spiele jetzt als parla habe ich noch nie gezockt also parla und das ganze als schutz hier wurde empfohlen soll ich machen da ich dann natürlich die möglichkeit habe mich selber noch zu heilen und weil ich ein bisschen mehr aushalten haustier kämpfe dafür auch nicht machen kein beruf der einzige beruf was erlaubt ist erste hilfe brauche ich aber eigentlich nicht wenn ich jetzt hier als parla bin weiter kann ich mich selber heilen da muss ich jetzt gleich mal schauen habe ich eigentlich schon irgendwo die fertigkeit zum ja genau hier haben wir ein hammer der gerechtigkeit den haben auch mal rein so weiß ich nicht ob man die nutzen können doch kann man ja schon irgendjemand da weil es schreibt niemand was muss mal wissen ob das bild und so weiter passt hitbox ist offline nein hitbox ist online ich sehe es ja das bild sehe ich ja moment ich schaue mal warum sehe ich wenn ihr bei twitch schreibt nichts das ist doch doof im chat doch der ist online da muss ich bei twitch jetzt so machen und hitbox so schreibt mal bitte jemand trotzdem was bei hitbox ja das ist lecky bei twitches wusste ich habe ich doch vorhin gesagt schatzi doch lips ich sehe es doch das online ist auf hitbox schatzi schau du mal ich sehe es ja bei mir ich habe jetzt gerade hitbox aufgemacht und da sehe ich nichts das online ist ja nicht dort pet john meyers muss er ich nehme doch nicht meinen kleinen ich nehme doch den großen so ich muss näher ran ich bin außer reichweite na hab jetzt mal schauen was soll ich das mal schaffen also 20 wäre hammer aber ich glaube es nicht weil ohne erbstücke genau erbstücke dafür auch nicht tragen ohne erbstücke dauert das ganze bisschen länger man glaubt gar nicht wie viel das die paar prozent ausmacht was man da kriegt gerade beim anfang da geht es ruckzuck mit erbstücke naja aber das mal ja nicht ja lecken schatzi wenn ein paar lecks drin sind das weiß doch mittlerweile von anderen youtuber naja das haben die auch also es geht darum standbild und dann zehn minuten kommt nix das ist schlimm aber zwei sekunden lecken mein gott ich bin kein fernsehsender das kann ich bin kein fernsehsender was rennt immer so schnell jetzt pass auf jetzt schau ich mir das selber an das lasse ich doch mal mitlaufen da lasse hitbox mal selber mitlaufen das ist aber mir ist eigentlich selber mit ah Down by Twitch. Verstehe ich wieder nicht. Immer die Technik. Jetzt geht es. Was geht? Ah, okay. Ups. Nicht aufheben. Erst kämpfen. Ne, komm. Hm. Warten wir mal. Jetzt machen wir es mal an. Jetzt stelle ich mich mal saved. Ich glaube, hier passiert mir nichts. Aber es muss passen. Nein, die Laufleiste habe ich ja immer drin. Ja, jetzt gehen wir mal alles auf hoch. Hoch von dem Ultra weg. Hoch, 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 schauen wir mal, ob es dann besser ist. Übernehmen. Ja, machen wir es so auf mittel. So, das müsste jetzt besser gehen, aber ich muss ja nicht so viel Daten übertragen. So, ich hoffe, das funzt. Und man, dann schaut es ja bei mir blöd aus. Äh, doof. Hm. Hei, 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 hei. So. Müller-Spur, servus. Na, wie geht's dir? So, jetzt hoffen wir mal, dass es besser funzt. Wie war das mit FPS, äh, Anzeige zu lassen? Äh, SDRG und R, oder? Ja, also ich habe 80 FPS, also, ähm, ja, am Rechner liegt es bestimmt nicht. Viel besser, okay. Ich habe jetzt zwar nicht die Top-Grafik, aber naja, was soll's. Damit kann man leben. Aber gegen die Morlocks sind wir schon ganz schön schwer, hei. Mit dem, äh, Erbstück-Set rennst du rein, machst du platt, fertig. Gras, Mann. Voll der Gras, Mann. Gut, 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 gut